Dieses Mal werden wir eine ganz neue Sorte eines Käfers kennenlernen. Den gemeinen Allosaurus-Bock. Mann. Also Bewusstlosigkeit sollte man erst, wenn es bei der Hälfte ist, dann enden darf. Genau. Da erinnert Level 9. Der hat Level 20. Der kann... Für zwei habe ich noch 115. Hast du bei Eden schon Fleisch gegeben? Mhm. Ich habe da noch nicht mehr ganz so viel Fleisch, weil ein Teil hatte ich ja ins Lagerfeuer gelegt, aber ich hoffe es nicht. Im Sinne von Carnotarus kann man auch noch was nehmen und irgendwelche anderen Tiere finden wir auch noch schnell. Jetzt muss ich den noch zu liegen zu bringen. Der macht gerade irgendwas. Der hat mir gerade meine Stoffhandschuhe geklaut. Der hat anscheinend... Oh, was ist denn hier hinten? Was ist denn hier hinten? Oh. Kommt da noch einer? Oh. Was greift mich da an? Scheiße. Okay. Das ist ein Panther. Oh! Ich hoffe mal, dass wir da die Treppe hochkommen. Das ist zwar jetzt doof, weil der eine gerade umgefallen ist. Der eine, alo, aber... Wo ist der Panther? Er ist da drüben. Da läuft er. Ich sehe ihn, ah? Ja, gut. Dann mache ich jetzt was. Ich gehe zum... Carnotarus. Ja. Weil du den jetzt holst, oder? Weil ich den Panther damit killen will. Lass mich doch nicht verarschen. Ich bin zu... Ich bin zu voll, ne? Ah, hier machen wir das noch mal ein bisschen... Ein bisschen leere machen. Das weg. Bären rausschmeißen. Boah, der ist aber aggressiv. Ja. Ah, jetzt hat er mich getötet. Ein Sabertooth. Sabertooth. Na, komm her, Mieze-Kätzchen. Komm her, Mieze-Kätzchen. Ja, komm doch. Er ist tot. Sehr gut, nimm das Fleisch. Hast du recht. Warte, ich lasse gleich einen Carnotarus machen. So, dann steigen wir hier ab. Dann müsstet ihr jetzt ja theoretisch Filet haben. Ne, doch nicht. Aber jede Menge Fleisch. Alles mögliche Fleisch mitgenommen. Damit wir auch dem dritten noch was geben. Wo liegen sie denn? Alle drei nebeneinander. Hier, du. Du. Brauchst Fleisch. Eins. Zwei, drei, vier. Ich hab dir mal ein bisschen Fleisch reingelegt. Ich hab auch noch Narko-Bären, falls du was brauchst. So, wie viel hast du? Der hat 23%. Du hast auch... Du kriegst auch nochmal hier zweimal Fleisch rein. Ah, der hat 62% schon. Der hat 45. Wer hat 62? Der Grüne, ne? Der Grüne hat 68% schon. Und das ohne mit Bewusstesigkeit was zu machen. Gut. Werden wir gar nicht brauchen. Wir nehmen schon mal gerne Namensvorschläge entgegen. Ja, also wir haben hier, wenn alles gut läuft, drei Allosaurier. Und wir haben hier Weibchen. Weibchen. Was ist denn das Grüne? Männchen. Sehr schön. Ein Männchen. Zwei Weibchen. Da können wir uns vielleicht auch mal an kleine Allosaurier machen. Lass uns dann erstmal die ja haben. So kann man sich auch eine Armee züchten. Ja. Ob die Allosaurier in der Armee sind, weiß ich nicht. Aber die sind schon mal größer als die Karnotar. Das kann man bestimmt auch gut reiten. Gibt bestimmt auch einen Sattel. Hm. Boah, jetzt nicht ganz mit dem, was wir mal eigentlich so gerechnet haben heute. Aber wenn alles klappt, hat sich's gelohnt. Naja. Bist du da raus? Naja. Du bist ja dort, ne? Ich bin da. Genau, dann geh ich mal wieder hier auf den Karnotarus. Oh, der hat unten gegriffen. Ne, Piranha ist drin. In dem Teich sind Piranhas. Oh, dein Karnotar? Ja, dein Teich sind tatsächlich. Gibt's dem gut? Piranhas. Tatsache. Mal gucken. Hatt ich viel Leben verloren. Okay, aber jetzt steht hier nicht welcher Allo das ist. Aber ich glaub das jetzt das Männchen der Grüne, ne? Grün des Männchen, ja. Wie nennen wir den denn? Ähm, wie könnte man einen männlichen Allosaurus nennen? Das ist jetzt einfach Allo. Alois. 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 Genau. So. Gut. Mal das. Mal die anderen beiden. Sehr schön. Oh, da kommt wieder ein Piranha auf mich los, oder? Haha. So, wie nennen wir den anderen? Ally. Eine Ally. Oh, Speer. So, moin. Oh, ich will mal gucken, ich will mal gucken, ich will mal gucken. Da fehlt noch der letzte. Oh, hallo. Sehr schön. Oh, der sieht doch wirklich bedrohlich aus. Der guckt mich direkt an. Ich dachte schon, das Bino guckt böse, aber der? Oh, da guckt das Bino noch lieb dagegen. Bin ich ganz ehrlich. Das Männchen hat auch eine Aura, ne? Oder? Der hat so einen orangenen Schimmer auf dem Rücken. Ja, der hat so einen orangenen Schimmer. Hab ich auch schon gesehen. Dadurch hab ich die ja auch erst so richtig gesehen. Nahkampfschaden, 180%. Das ändern wir gleich mal. Ich klammer auf Nahkampfschaden. Der hat sich grad gefreut. Haha, du geschnurrt. Ja, du auch. Oh, direkt ins Gesicht. So, wie sieht's bei dem kleinen aus? Klein. Ach, plus 19 Level würde er jetzt kriegen, ne? Ja, aber das läuft doch sehr gut. Ich werde jetzt mal die anderen Dinos von oben holen und die mal zum Turm runterbringen. Mhm. Ich würde hier noch auf den einen. Das war ja das J. Nein, wo das? J ist. J ist rufen. Kommt. Rufen. Und dann geht er mal hier runter. Genau, der eine hat ja auch Leder. Ich brauche noch ein bisschen Leder. Bei zwei Sachen sind bei mir kaputt gegangen. So. Ach, da kommt der andere. Schon gewundert. Es waren doch vier. Alle da. Kann man gleich mal gucken, wie es bei eurem Level aussieht. Lassen wir das auch gleich mal noch bearbeiten. So. Wir gehen erstmal alle schön auf den Nachgangsschaden. Und das sollte doch mal, wenn eine Bedrohung kommt, dass es einfach für die Bedrohung ein schnelles Ende gibt. Das sind jetzt unsere Exkursions-Dinos. Und die drei Alus, also zwei Alusaurier, oder noch mal, auf einem wird dann wahrscheinlich reiten. Denke ich mal. Den anderen darfst du reiten. Und der dritte, der folgt mir dann. Damit ich ihn nicht verliere. Genau. Genau deshalb. Jetzt kommen wir noch mal kurz auf die Karte. Hallo. Genau. Das ist kurz vor der Eislandschaft. Ja, hier drüben ist die ja schon. Die Insel ist ja schon vereist. Genau. Und da können wir sehen, dass man eigentlich hier irgendwo sogar... Ich muss mal was essen. Ja. Du hast ja gesagt, du hast Fleisch im Wagerfeuer, ne? Ja. So. Ich nehme mal komplett raus. Mach das. Mach das. Mach eine halbieren und leg 20 Stück mal wieder zurück. Mhm. Kann ich nicht. Ich darf nicht zurücklegen, weil das Fleisch nicht hingehört. Okay. Ach so. Ihr macht ja nichts. Leg doch neues rein. Das ist eine gute Idee. Dann lege ich neues rein und da kann das für dich dann schon mal grillen. Hier. So. Das nehmen wir weg. Das ist noch genug da. Es brennt noch. Dann kann ich die beiden wieder zusammenhauen. Genau. Dann haut das hin und dann kann ich mir nämlich erstmal wieder... ... etwas Fleisch zu mir nehmen. Nicht, dass ich hier plötzlich verhungere. Dann lief's die ganze Zeit gut und dann kam der Hunger. Als der Panda mich angegriffen hat, stand auch plötzlich da, du verhungerst. Das ist dann... Da dachte ich dann, spielt jetzt keine Rolle mehr. Hm. Einer von uns beiden würde nicht mehr hungern. Und dann haben wir den Panda direkt verfüttert. Ja. Hier wird nichts verschwenden. Ja, der war halt auch sehr aggressiv. Ah, das... Ne. Ist der... Der dritte fehlt noch, ne? Der schläft noch vor sich... Oder düst noch vor sich hin, ja. Aber fast. Shit. Hat er immer noch die plus 19? Ja. Sehr schön. Ich laufe grad mal ein bisschen durch die Gegend. Ja, du bist grad nicht mehr vorbeigelaufen. Ich seh schon. Versteckst du dich auf dem Felsen hinterm Baum? Warum? Ich versteck mich nicht. Ich hab geguckt, ob ich hier irgendwie nach oben komm, um zu sehen, was mir so alles sehen kann. Ach so. Ich seh nämlich schon das Eis. Mhm. Genau. Und das ist eigentlich hier diese grüne Landschaft mit dem ganzen Holz, das ist sehr gut, ne? Ja. Also hier ist wirklich... Wenn man das alles abbaut, dann könnte man hier auch versuchen, ein bisschen was zu bauen. Wir müssen halt nur sicher gehen, weil wenn hier Allosaurus ist, kann es sein, dass das hier auch ein Respawn-Punkte Allosaurus sein könnte. Ja. Aber wir haben doch die drei jetzt auch geschafft. Dank nem Bug. Aber wir haben die drei jetzt auch geschafft. Ein Hoch auf die Käfer. Genau. Das ist doch so schön, ne? Hier oben. Links Schnee, rechts normal, ohne Schnee. Also wenn Schnee nicht normal wäre, dann würde ich das... Ach so was Unnormal ist, ist Schnee. Naja, das ist zu weit weg. Ich brauche meine Armbrust. Ich brauche meine Armbrust. Und die kann ich nicht reparieren. Warum? Was fehlt denn dir? Werkbank. Ach so. Geht nur an der Werkbank. Und du brauchst auch wieder Metall für. Aber Metall sollten wir mit Spitzhaken auch kriegen, Werkbank. Wir müssen sowieso anfangen, das zu bauen. Da brauchen wir dann den Ofen. Schmelzofen brauchen wir auch wieder. Der braucht viel Stein, glaube ich. Und? Schmelzofen. Stein, Leder, Holz, Feuerstein und Fasern. Sind jetzt alle da? Mhm. So. Ofen. Fasern. Ich brauche bloß noch Holz und Fasern, das geht ein Problem, das kriege ich hin. Fasern sind zwar noch ein bisschen da, aber ich nehme jetzt gleich mal Asphalte hier, das wollte ich haben. Guck dir das an. So, und dann noch ein bisschen Holz. Sollte reichen, dann kann ich jetzt schon den Ofen produzieren. So, Schmelzofen wird schon gebaut. Läuft. Den stellen wir auch draußen hin, ne? Ja. Weil das ist jetzt alles eher prophylaktisch. Provisorisch heißt es eher, ne? Profisorisch. Profilaxe. Alle seine Profilaxe hier. Ja. Setzt mal den mal. Guck mich alle drei an. Moin. Ach, muss auf dem Fundament platziert werden. Achso, dann stell's halt auf dem Fundament. Ist ja kein Problem, da muss ich jetzt draußen noch Fundament hinsetzen. Reicht erst mal eins. Oh, die bleiben jetzt erst mal hier stehen. Ja, hier ist es. So, dann platzieren wir hier das Fundament. Na, ich muss noch ein zweites, aber wenn ich es direkt neben Eingang platziere, ist auch doof. Jetzt muss noch ein zweites Fundament her. Das wäre sonst ungünstig. Wir müssen noch ganz dringend was bauen. Bett. Hab ich grad schon geguckt, was ich für brauch. Ich baue Bett und kleine Hütte dafür. Wo bau man das mal hin? Irgendwo neben dem Turm. Ist ja bewusst, dass wir erstmal überhaupt was gebaut haben. So. Immer zwei Fundamente noch. Da kann ich mich zwei nebeneinander und dann kann ich da noch die Werkbank drauf platzieren. Wenn ich's hab. Also erstmal so und so. Dann kommt jetzt der Schmelzofen dran. Den Schmelzofen platzieren wir mal. Dort. Schmelzofen ist platziert. Sehr gut. Und jetzt. Werk. Werkbank. Ich brauche noch 19 Leder und 5 Metallbarren. Habe ich eigentlich schon wieder Eisen gefunden. Metall eher gesagt. Nein. Ich brauche jetzt die Spitzhacke und hau mal gegen das Ding. So. Hier noch. Das hat schön Metall gebracht. Also Metall habe ich jetzt schon mal ein bisschen was gefunden. Daher legen wir das Metall rein. Holz, Stroh oder auch Zündpulver. Dann legen wir auch gleich mal das Hunderback vorher entzünden. So Metallwaren werden produziert. Hätten wir dann schon mal das erste wieder. Leder. Und jetzt schauen wir nochmal genau was für Rest war. Leder war es, ne. Leder. Ich habe doch mit dem Karnotaurus was gemacht. Und der steht auf der anderen Seite. Hier. Hat der nicht besorgt. Ja. Sehr gut. Der hat doch das Leder aus dem Vieh geholt. Oh, ich glaube ich habe gerade das Fälscher hergestellt. Steindecke. Ups. Fundament sollte es werden, ne. Ja. Die Decke nehme ich dann später. Ah, willst du ein kleines Steinhaus bauen? Ja, ich baue ein Steinhäuschen. Da kannst du ja wirklich selbst auf beiden Seiten vom Teich alles sehr eben, also hier kannst du ja wirklich viel bauen. Bis auf dann hier den Hügel hoch, das kann man dann vermeiden. Da kann man dann auch wieder so ein Behemestor bauen. Hm. Das Kleine. Das dauert nur einen kleinen Augenblick. Und dann? Ja, für die fünf Metallbarn, damit ich die Werkbank noch platzieren kann. Und dann brauche ich ja wahrscheinlich auch sowieso noch mehr Metall. Deswegen kloppe ich mal noch ein bisschen drauf ein. Und lege noch ein weiteres Metall in den Schmelzofen. Hm. Da. Jetzt habe ich fünf. Und jetzt die Werkbank. Da ist er. Werkbank wird hergestellt. Und die platzieren wir jetzt direkt wieder neben den Schmelzofen. Und da schauen wir auch gleich mal, wenn ich jetzt meine Armbrust dort reinlege. Brauche ich 25 Fasern, sieben Holz und nochmal fünf Metallbarn. Dann lege ich mal rüber. Holz. Holz. Fasern. Ich finde nur die fünf Metallbarn. Ich lege trotzdem schon mal alles mögliche an Sachen dort in die Werkbank rein. Jetzt muss ich erstmal wieder was trinken. So. Machen wir auch. Die Flasche wird doch voll. Na, wie sieht es aus mit den Metallbarn drei Stück? Wie groß soll es werden? Brauchst du Hilfe bei den Fundamenten? Nö, da kommt nur noch eine Reihe ran. Wird nur was Kleines. Ansonsten, es liegt Stein auch in der Werkbank. 371 Stück. Das hätte sie aber doch die ganze Zeit schon mal machen können. Dann bin ich der Gott deiner Heilung.